Ich verstehe ihn nicht, wenn er deutsch spricht. Sie. Verstehst du sie? Johann versteht sie nicht. Ich verstehe sie nicht, wenn sie Englisch spricht. Um zu. Ich möchte Deutsch lernen, um nach Deutschland zu fahren. Johann möchte Deutsch lernen, um in Deutschland zu arbeiten. Marie möchte Deutsch lernen, um in Berlin zu studieren. Sehen. Ich sehe dich nicht. Ich sehe jeden Tag deinen Bruder. Siehst du mich? Hören. Hörst du mich? Entschuldigung, ich höre dich nicht. Ja, jetzt höre ich sie. Kennen. Ich kenne ihn. Kennst du ihn? Kennst du diesen Mann? Das. Ich weiß, dass du beschäftigt bist. Weiß sie, dass ich krank bin? Johann weiß nicht, dass Marie jetzt in Deutschland ist. Denken. Ich denke, dass er Deutsch lernen möchte. Ich denke, dass er nach Deutschland fahren möchte. Der Mann denkt, dass sie ihre Tochter ist. Interessant. Es ist interessant. Englisch ist sehr interessant. Deutsch ist auch sehr interessant. Meinen. Was meinst du? Entschuldigung, ich verstehe nicht. Was meinen Sie? Was meint sie? Manchmal. Manchmal weiß ich nicht, was sie machen möchte. Manchmal stehe ich gerne spät auf. Manchmal muss ich abends arbeiten. Regen. Es regnet. Ich bleibe zu Hause, wenn es regnet. Ich kann nicht nach Hause gehen, weil es regnet. Schneien. Es schneit. Es schneit nicht. Es regnet nicht, es schneit. Ich möchte nicht mit ihm reisen. Meine Schwester reist mit ihrer Tochter. Ich kann nicht bis sieben warten. Ich kann nicht bis sieben warten. Sie singt mit Marie. Sie singt mit Marie. Tanzen. Johann tanzt. Johann tanzt mit Marie. Marie tanzt nicht gern, aber sie tanzt jetzt. Wenn du möchtest, können wir englisch sprechen. Wenn du möchtest, können wir englisch sprechen. Wenn du möchtest, können wir uns morgen treffen. Fragen. Kannst du Marie fragen, wo sie wohnt? Kannst du Marie fragen, wo sie essen möchte? Kannst du Marie fragen, was sie essen möchte? Kannst du Marie fragen, was sie sehen? 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 Kannst du Marie fragen, was sie sehen?